Ich weiß auch, wo das nächste Fossil ist. Ich habe immer schon ein Radar benutzt. Dann muss es hier sein. Sage ich hier. Okay. Wieso komme ich da noch nicht vorbei? Gibt es da einen Grund dafür? Okay, dann. Okay, Level 9 jetzt schon. Dann muss es hier sein. Dann muss es hier sein. Ich habe eigentlich eine Sprosse bekommen von einem Gegner. Oh, Blatt gefunden. Das war mal so ein Highlight. Okay. Auf den Schienen kann ich glaube ich nicht, dass es da irgendwas ist. Wirklich auf den Schienen. Oh, Blatt. Ist das ein Ding? Das ist das Ding. Du bist ja so. Nein Du bist da auch so. Geht weg, ihr nervt, ihr könnt es nicht zu gossen. Was meine Interesse gibt, ich hätte mal so ein versteckter Schatz, würde ich sagen. Ähm, ich weiß nicht mehr, was er... Verdammt! Okay, ich muss jetzt aufpassen. Ich überspringe die... Du kannst also meine Aktionen... Ja, teilweise. Ich werde ich das ein bisschen überspringen, auch, wenn es neue Attacken sind. Ich werde, ähm, was mich hier durchschaut. Ich werde die Entscheider uns nicht einsetzen. Weißt du, dass er sie einsetzen wird? Wir sind beide tot, glaube ich. Game over für beide. Allosaurus heizt, Maul. Emmi, der Gebühne. Ich verstehe, ich verstehe da nichts. Ähm... Okay, dann heißt es, wie welcher... Das ist nicht ein... Nein, das muss man alle Sätze von ihm auswendig können, oder was, was jetzt nicht ist. Ach, jetzt gibt es eine andere Aktion. Sag, jetzt nicht, ob ich den Stein an. Geschäbe, zu Glück. Ich fand schlank. Will ich mal sagen. Und ich habe hier eure Kamikaza-Tocke beigebracht. Ich hätte, glaube ich, lieber flotten ihn sollen. Hm. Ich habe gut Glück. Boah. Und ich habe auch gelernt, okay. Musik, okay. Ich glaube, okay, ich kann nicht gehen. Ah, ah. Okay. Mein Dino braucht sehr viel davon. Okay. Okay. Antike Hohne, Antike Unterwäsche, Rundspiegel. Damit haben wir das auch erledigt. Okay, nochmal gucken. Vielleicht lag es an der Roboter, warum man hier nichts erkennen konnte. Dino-Pistole, Aktionen kurz verändern, meine ich. Emine soll jetzt einen anderen Attacke bekommen, nicht Kamikaz-Attacke, sondern Hohne der Wache. Hier oder was? Okay, ein Blatt gefunden, geht klar. Okay. 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 Okay, ihr seid noch zu schwach. Kommt wieder, wenn ihr stärker seid. Lass mich gerade verarschen. Wir sind noch zu schwach. Bereit gegen Laura zu kämpfen? Nein. Wer ist Laura? Ja, wir sind bereit. Was will denn ein kleines Kind mit unserer Dino-Pistole und geht sie sofort wieder her? Ich bin kein kleines Kind mit unserer Dino-Pistole und die Dino-Pistole ist meine. Halt die Klappe, du freches Gehör. Sei doch nicht so gemein zu mir. Boah, ich hasse diese Schlampe jetzt schon. Sie war etwas zu viel für mich. Hä, was mache ich denn bloß hier? Huh? Was war das für ein Sprung? Wo ist denn? Max, sie hat übernatürliche Kräfte. Sie ist zwar klein, aber gefährlich. Das stimmt und das war längst noch nicht alles. Keiner Tipp. Wenn ich jetzt eine Steinbeutung habe, werde ich nicht aufgeben. Ja, los geht's. Ach so, das war... Ah, okay. Also der eine Satz war... Also der eine Satz war, dass er nicht mehr kann. Okay. Oh, dieser ist ja nicht verarscht. WTF. Hm. Ich muss besser aufpassen. Bitte, 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 bitte. Okay, komm. Okay, komm. Ich bin so ein dummer Kopf. Warte mal, das heißt also, die kann das nicht mehr einsetzen, oder? Okay, das heißt also, dass... Das heißt... Damit ist dieses die noch umweg. Also hier war bezogen auf Milch. Soll ich dir das einsetzen, oder durch das einsetzen. Hä? Verdammt, ich hab's verwechselt. Ich kann dir genau sagen, was du gerade denkst. Scheiße. Ah, falsch gedacht, Bitch. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir kein Stück. Oh, nein. Nein. Aha, ich hab doch gesagt, dass ich ein kleines... Mike, alles in Ordnung, du hast wohl den Kampf verloren. Ich habe alle GP deiner Dinosaurier wiedergegeben, also gewinne dir das nächste Mal lieber. Ficken. Die kleine Bitch wird dafür büßen. Ganz ehrlich, die wird dafür büßen. Hm. Okay, wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich gegen die Kämpfe. Okay, willkommen, Leute. Nur kurz zur Info. Das Fussil, was ich hier in dieser Gegend gefunden habe, ist ein Iguanodon. Und das habe ich schon zurück in die Zeit geschickt. Und zweitens, ich habe an der zweiten Attacke gelernt, die fortlaufende Liebe für Mike... äh, nein, äh, für das Dino hier, Kanotarus. Und, äh, ich will das noch in diesen letzten Video noch reinschneiden. Ich habe keinen Bock, ein extra Video dafür zu machen. Ich werde auch nicht fortlaufende Liebe zeigen. Okay, gleich stand. Am wenigsten ziehe ich ihn was ab. Ja, kannst du, du kannst es genau gut lesen bei mir. Diesmal habe ich gewonnen. Komm, lass mich die fortlaufende Liebe zeigen. Dann nicht. Wenigstens habe ich dann gewonnen. Du hast den Kampf gewonnen. Hm. Sie hat auch fortlaufende Liebe gelernt. Okay. Du musst jede Chance aufgewinnend an den Hörnern packen. Ach so, das war Engine. Ich habe ganz egal, das war Kanotarus. Was? Was? Äh, das ist ja ... ... jegliche Musik ... ... Mike hat ein Steinfragment. Geschafft, aber im nächsten Platz. Das war's.